Moin, hier ist der Phil mit dem Medicine Newsletter of the Week. Diese Woche würde ich euch gerne Oloclip vorstellen. Oloclip ist eine Uncheckkamera bzw. eine Linse für das iPhone und selber geht ganz leicht einfach drauf schieben. Diese Dinger haben verschiedene Features, zu einem halt ein Fisch-Eye, ein Leitwinkel, ein Makro, ein Teleobjektiv und je nach Ausführung für das iPhone 5 dann halt auch ein Flipcase für den Schutz halt einfach, um das Telefon halt aber Oloclip-ready zu machen. Ja, verfügbar ist das Ganze für die iPhones 4 bis zum gängigen 5s Modell, das aktuellste iPhone 6, dafür bekommen wir auf jeden Fall noch was. Falls ihr mal Sample-Fotos sehen wollt, könnt ihr die bei Instagram unter dem Hashtag Oloclip finden und Preise sowie Verfügbarkeiten findet ihr bei unserem Medicine B2B-Shot. Ab 10 Bestellungen bieten wir natürlich auch noch an, dass ihr hier dieses Display für die Kunden, was sehr stabil und robust ist nochmal, von Freela zu kriegt natürlich, und hier dieses Mop-Grip mit dem richtig coolen Oloclip-Spray drauf, einfach nur mal als kleines extra. Bis nächste Woche, euer Phil.